Was ist los an den Märkten? Warum schießt der Nasdaq, der Dow Jones und der S&P so sehr nach oben? Das müssen wir uns mal angucken, wenn wir den heutigen Freitag angucken. Kundige wissen natürlich schon Bescheid, da ist irgendwas im Busch. Gucken wir zunächst mal auf den 4-Stunden-Chart nochmal von gestern. Da hatte ich noch gesagt, ja, eigentlich hier so ein bisschen wackerlich hoch und dann runter. Und jetzt schießt der Kurs so nach oben. Wenn ihr im 5-Minuten-Chart guckt, dann seht ihr, da ist irgendwie was komisch. Der Kurs ist senkrecht nach oben geschossen. Und das liegt tatsächlich daran, dass das der September-Kontrakt bis dahin war. Viele von euch wissen, dass die Fälligkeit dieser Future-Kontrakte am dritten Freitag des Kontraktmonats, das war der September ist, ja, aber der dritte Freitag, der ist ja noch gar nicht, der ist ja erst nächste Woche. Das ist völlig richtig, aber die Amerikaner stellen quasi schon eine Woche vorher um. Man kann immer noch den September-Kontrakt handeln, aber das eigentlich maßgebliche, das ist nach wie vor der laufende Kontraktmonat und das ist eben der Dezember-Kontrakt. Klingt so ein bisschen doof nach wie vor. Nein, es ist jetzt dann der maßgebliche, der Dezember-Kontrakt. So, das heißt, diese Spanne von hier nach da oben, das ist nicht entstanden, weil der Markt total begeistert ist, sondern weil die längere Laufzeit ein bisschen höheren Kurs eben hat und diese Differenz ist das. Und ihr könnt erahnen, dass bis zum Ende der Laufzeit, also bis Anfang Dezember, wenn dann der Kontrakt umgestellt wird auf den März nächsten Jahreskontrakt, quasi diese Differenz für diesen Kontrakt aufgebraucht ist und der nächste Kontrakt wieder mit einer Differenz startet. So, das mal so nebenher gesprochen. Das ist aber jetzt doof. Das heißt ja jetzt, dass das bärische Bild, was wir hier gezeichnet haben, komplett kaputt ist. Naja, von der Optik tatsächlich ist das so. Man sieht das jetzt hier dann entsprechend nicht mehr durch diesen Kurssprung, den wir da jetzt haben, ist das ein bisschen verzerrt, aber wir hatten ja eigentlich gedacht, ich mache das nochmal groß. Eigentlich gesagt, ja hier unten, da müsste jetzt irgendwie eine Korrektur sein, die kann so aussehen, die hätte auch ein bisschen anders aussehen können und dann geht es wahrscheinlich oder wäre nicht untypisch nochmal runter. Und jetzt machen wir mal folgenden Trick. Wir nehmen mal das, was wir hier in dieser Korrektur hatten. Ich mache mal hier diese Zeichnung im Moment mal weg, dass wir wieder was Frisches haben. Und jetzt machen wir folgendes. Das war quasi der letzte Kurs mit dem alten Kontrakt. Hier hat jetzt der neue begonnen und da ging es hoch, dann ging es runter, dann ging es jetzt wieder hoch. So in etwa. Und wenn ich das jetzt hier unten hin mache, damit wir den Verlauf einigermaßen widerspiegeln, dann haben wir im Prinzip wieder dieses korrektive Verhalten. Also alles, was der Markt jetzt gemacht hat, ist nach wie vor ein Korrektivverhalten. Dieser Sprung ist nur im Prinzip durch die Verlängerung der Laufzeit und dementsprechende Einwirkung aus dem Kontraktwechsel entstanden. Es hat nichts damit zu tun, dass der Kurs hier nach oben geschossen ist. Also in Wirklichkeit, wenn man den Dow Jones Index sich anguckt, dann stellt man fest, dass da natürlich nichts dergleichen passiert ist, sondern tatsächlich, dass es jetzt hier der Index im 5-Minuten-Chart diese immer noch korrektive Bewegung ist und die immer noch die Chance ermöglicht, dass der Kurs hier im Nachgang hier nach unten sich fortsetzt. Zum Beispiel, wenn diese Zwischentiefs durchstoßen werden, dass es dann eben noch mal ein gutes Stück weiter nach unten geht. Vermutlich die fünfte Welle, denn wir hatten hier vorne wohl eine erste. Hier sehen wir, da war tatsächlich ein Gap. Das kann durchaus dran liegen, dass da ein Wochenende war. Da war nämlich auch zufällig eins inklusive Feiertag. Nee, da war kein Feiertag. Nee, das war sogar kein Wochenende, wie ich gerade hier sehe, sondern es ist wirklich ein Overnight-Gap von einem Tag auf den anderen gewesen. Aber nichtsdestotrotz, hier war ja irgendwo eine Gegenbewegung, dann hatten wir die mittlere, dann hier wieder die Gegenbewegung. Also dieses Bild generell ist nach wie vor noch gültig. Also da ist das jetzt ein bisschen doof im Future-Kurs, dass dieses Bild optisch jetzt ein wenig doof aussieht. Insgesamt allerdings bleibt es dabei, wenn die abwärts diese Punkte, ich gucke noch mal hier auf den DAO-Index, wenn wir dieses Zwischentief hier, urzeitmäßig könnt ihr das in etwa verhaften, 20.30 Uhr gestern Abend, damit ihr das so ein bisschen zuordnen könnt, wenn ihr das bei euch im Chart seht. Wenn ihr dieses Tief hier durchstößt, dann wäre das im Prinzip der Trigger hier für die Short-Seite, um dann gegebenenfalls zu sagen, da geht doch noch mal eine scharfe Bewegung eben weiter nach unten. Also es bleibt wahrscheinlich dabei, ich bleibe mal hier beim Index aktuell, dass diese Bewegung, die wir jetzt hier haben, eine realistische Chance hat, noch weiter runter zu gehen. Und wir behalten mal hier so die 31.000, vielleicht 31.500, vielleicht aber auch 30.500, irgendwie sowas, diese Ecke, die behalten wir dafür mal im Blick. Die Saisonalisten, die den September sowieso nicht so gerne haben, die gehen sowieso davon aus, dass alles doof wird, was im September passiert. Also die werden als Käufer auch nicht in Frage kommen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Marktteilnehmer, die aktuell sagen, also mit Käufen brauchst du mir nicht zu kommen. Also zusammengefasst, nicht irgendwie begeistert werden, unnötigerweise. Dieser Sprung ist durch den Kontraktwechsel und bei manchen Chartsoftwaren wird das rausgerechnet. Dann habt ihr diesen Sprung gar nicht. Hier beim Future ist es so, dass man diesen Kontraktwechsel dann hier entsprechend sieht. Also es gibt verschiedene Darstellungsformen, wie man sich das anzeigen lassen kann. Nur, dass ihr Bescheid wüsst und da euch nicht wundert. Das ist natürlich bei allen anderen Indizes auch so. Also, nicht bei allen Indizes, aber beim S&P 500 ist es natürlich auch so. Auch hier seht ihr diesen Sprung. Auch hier seht ihr, dass wir theoretisch diese Differenz, die wir hier haben, erst noch mal rausrechnen müssen. Und auch hier gibt es dann die Chance, dass dieses Zwischentief gegebenenfalls ist. Ich mache auch hier mal, ich zeichne das noch mal. Da war der Anfang. Dann haben wir diese Bewegung im Wesentlichen. Das ist nicht ganz exakt so, aber so in etwa. So, da müssen wir es hin und dann sehen wir, okay, das ist ja vorrangig. Erst noch mal mit einer Chance auf Korrektiv. Vorsichtig, das ist nicht jetzt. Dann geht doch schon mal Short an der Stelle. Quasi jetzt mehr oder weniger sofort. Dann würde ich hier schon gerne irgendwie eine Art der Wende sehen. Noch könnte es zwar sein, dass das hier Impuls ist. eine Korrektur, Korrektur und Korrektur und jetzt hier quasi die nächste Welle nach oben ist und quasi das Ganze, also realistisch, ohne diesen Ausflug, den wir hier hatten. Ich mache es mal ein bisschen größer. Also, dass das hier erste Teil der Korrektur, äh, der Bewegung ist. Dann hatten wir das, das und das und danach kam noch, also quasi hier ist die erste, da ist die zweite, das ist eine Seitwärtskorrektur und dass der Kurs hier weiterläuft, das ist durchaus denkbar. Ich finde es nicht so super toll. Das liegt schon daran, dass der Anfang hier relativ wackelig und überschneidend ist. Das gibt es auch, Leading the Organals, da haben wir aber eine relativ niedrige Wahrscheinlichkeit. Also, die kommen zu 15 Prozent der Fällen nur vor. Deshalb sollte man da nicht zwingend von ausgehen, dass das jetzt hier der Fall ist. Kann natürlich sein, aber nicht zwingend dann sagen, das ist selten. Das ist bestimmt hier jetzt mal der Fall, geht also eher davon, nicht so sehr davon aus. Aber, bevor ich jetzt auf die Short-Seite tatsächlich wechsle, entweder eben, wie gesagt, dieses Zwischentief, was wir hier haben, oder eben, also quasi das Letzte, das war vom, in dem Fall sogar von heute Morgen. Beim Dow war es gestern um L, nee, wann war es, haben wir gesehen, 20.30 Uhr. Beim Dow-Index hatten wir es eben geguckt. Wenn er diese Zwischentiefs durchstößt, für mich ein anderer Hinweis, insbesondere für die Intraday-Freunde unter euch, guckt mal, ob wir sowas kriegen. Wenn das sowas der Fall ist, dann sind das Anzeichen, um tatsächlich dann nochmal schon jetzt dann Short zu gehen, also schon hier auf diesen Zwischentiefs, also eigentlich auf diesem hier jetzt, dann die Short-Position da zu öffnen. Solange er das nicht macht, solange er eher sogar wackelig irgendwie runter geht, seid vorsichtig mit den Shorties. Denn das wäre ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer noch längst nicht aufgegeben haben. Vielleicht liege ich völlig falsch, wenn der Markt nach oben geht. Das Schicke ist, aber wenn ich falsch liege und das so passiert, habe ich ja auch null Ambitionen zu Shorten. Das Schlimmste ist ja immer, wenn ich irgendeine Richtungsentscheidung fälle und die ist falsch. Wenn ich hier jetzt, also da gehe ich dann rein und werde ausgestoppt. Das ist kein Drama, dafür machen wir die Positionsgrößen so, dass das alles in Ordnung ist. Aber lieber hat man es ja, wenn er ins Ziel läuft und nicht, wenn er ausgestoppt wird. So, also, solange das passiert, sind das ja alles keine Long-Anzeichen, sind das eher Fortsetzungen nach oben. Und wenn es dann irgendwann scharf runter und wackelig hoch geht, hier hätte man theoretisch schon so den Verdacht gehabt, hätte das das sein können? Wackelig hoch? Ja. Trigger? Äh, nee. Er ist nach oben gegangen. Ist ja doof. Hatte ich eine Short-Idee, ist aber nicht passiert. Na ja gut, aber so ist es. War mit keinem Aufwand verbunden. Man konnte es ja sehen, dass er es nicht triggert. Und dementsprechend muss man da nicht traurig sein. Am Gesamtbild hat sich da jetzt vorläufig erstmal nichts dran geändert. Zumindest mal nicht wirklich dramatisch. Und wir müssen also damit rechnen, dass der Kurs tatsächlich nochmal runter geht. 4.300, 4.250. Ob das jetzt direkt passiert, wir werden es sehen. Das ist nicht gesagt. Aber dieses Bild ist auch durch diesen Sprung jetzt nicht wirklich kaputt gemacht. Nasdaq? Ja, ebenfalls natürlich gleiche Situation. Das müssen wir hier nicht nochmal beitreten. Also dementsprechend ähnlich. Auch hier die Erwartungshaltung. Triggert er hier irgendwie diese Unterseiten. Dann sind das Chancen für die Short-Seite. Behaltet das im Hinterkopf. Immer wenn es irgendwie korrektiv in eine Richtung geht. Und diese Bewegung, wenn ich diesen Sprung hier rausrechne, wie gesagt, Kontraktwechsel. Dann ist das hier kein Drama. Jetzt gucken wir mal gespannt auf den DAX. Der hat das gar nicht. Das ist völlig richtig. Auch der verfällt nächsten Freitag. Das Datum ist exakt das gleiche. Uhrzeit ist ein bisschen anders. Aber das Datum ist das gleiche. DAX ist dann in den Mittagsstunden, während die anderen abends dann erst fällig sind. Aber beim DAX ist es so, dass tatsächlich das Ganze noch bis zum Ende durchgehandelt wird. Da ist also die Umstellung entweder individuell, wann immer ihr selber umstellen wollt. Je nachdem. Wenn ihr natürlich eine Position habt, bei der ihr jetzt schon davon ausgeht, dass ihr sie länger haltet, als der Verfall ist, dann ist natürlich schon sinnvoll, den neuen Kontrakt zu nehmen. Allerdings zur Kursdarstellung benutzt man immer noch beim DAX den September. Und dementsprechend gibt es hier natürlich den Kontraktwechselsprung noch nicht. Also das steht uns, was das angeht, noch bevor. Ja, wie sieht es hier aus? Ja, so ähnlich, wie wir das die Tage immer wieder besprochen haben. Wir haben halt steile Flanken irgendwie immer wieder. Manchmal nach unten, da war es nach unten, manchmal ist es auch wackelig nach oben. Also die Marktteilnehmer haben so richtig ihren Modus da noch nicht gefunden. Jetzt jüngst, wenn ich im 5-Minuten-Chart gucke, würde ich mal vielleicht im Blick behalten, ob wir vielleicht sogar noch irgendwie so was herkriegen. Dann hätten wir zumindest noch mal so ein bisschen eine Chance für die Longseite. Aber seid vorsichtig, wartet drauf, dass wirklich die Gegenseite dann auch wirklich schwach ist. Weil wir haben hier so häufig steile Flanke, steile Flanke. Ich habe es gestern gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu vertun, dann abzustürzen, wenn man auf der falschen Seite ist, die dann blöderweise aber ja auch noch steil ist. Genau wie wir es nicht wollen. Ja, also falsch positioniert sein und dann zuzugucken, wie der Kurs innerhalb von Minuten in die falsche Richtung flitzt. Das ist unangenehm. Das heißt, wenn das nicht so eine klare Unterscheidung ist zwischen der starken und der schwachen Seite, dann lasse ich da lieber die Finger davon. Das ist mir ehrlich gesagt dann zu heikel. Übergeordnet gibt es ansonsten nichts wirklich Neues. Die Abwärtsseite nach wie vor noch realistisch möglich. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass es das schon war. Ich würde ziemlich sicher davon ausgehen, dass auch der DAX noch mal tiefer geht. Ob es beim DAX schon automatisch, diese ganz tiefen Szenarien sind 14.500, das weiß ich nicht. Nur wenn das tatsächlich eintritt, was ich beim Dow erwarte, da muss der DAX und seine Händler hier schon sehr tapfer sein, um den Kurs hier oberhalb zu belassen, oberhalb der 15.200er Marke. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Hier würde ich eigentlich sagen, ist ja noch alles mehr oder weniger okay. Aber ob sich das so durchsetzt, wir werden es sehen. Was nehmen wir es vorweg? Wir wissen im Moment, dass wir zumindest hier genauer aufpassen müssen. Wenn er das durchstößt, sehe ich es sehr realistisch, das ist nicht zwingend, aber sehr realistisch, dass es deutlich größer noch mal werden kann, das Minus. Wem das jetzt schon zu heikel ist und noch Gewinne mitnehmen kann, der kann sich ja überlegen, ein bisschen enger hinterher zu ziehen, zumindest auf dieses Tief beispielsweise, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ein bisschen ist das, ja, unstetiges Geholze. Entweder da oben, hatten wir ja gesagt, Gewinne mitnehmen, oder dann hier unten den Stopp quasi unter dieser Killermarke 15.200, 15.100. Spätestens dann da, wenn er da durchgeht, finde ich das alles andere als irgendwie cool. Das heißt nicht, dass der Kurs trotzdem noch nach oben gehen kann, aber irgendwie ist dann das Ganze nicht mehr so, wie wir das tatsächlich brauchen. Ja, das klingt ziemlich unkonkret. Ja, und genauso mit dieser Auffassung sitze ich aktuell vor diesen Charts. Deshalb will ich euch da auch gar nicht irgendwie was vormachen. Nö, nö, das sieht ganz klar aus. Der letzte Teil hier, wie gesagt, der macht ja so wenigstens halbwegs den Eindruck, dass das noch in Ordnung ist hier, was wir da haben. Dementsprechend, gucken wir nochmal auf den DAX hier, DAX Future hier, hat man hier den Eindruck, naja, das kann ja nochmal was werden. Aber dafür sollten dann die Abwärtsbewegungen möglichst korrektiv sein. Ansonsten kann ich euch nur zwei Sachen empfehlen. Entweder heute Nachmittag mal eine Runde freimachen und sagen, komm, das Wetter ist super, wer weiß, wie häufig das noch so ist. Dann lieber was Schönes machen, als dann diesen blöden Indizes, wenn die sich da nicht das gebacken kriegen, sich da anschließen zu müssen. Oder aber, wenn ihr sagt, ich kann es nicht lassen, dann eben nochmal ein paar andere Märkte anzugucken. Das können Einzelaktien sein, mit dem gleichen Modus, mit dem gleichen Auge sozusagen. Das können Währungen sein, das kann sein, was immer euch da vorschwebt. Vielleicht ist da ja das eine oder andere dabei, was für euch umsetzbar ist. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.